Wir sind hier in der Terminale in Beilen. Auf dem Programm besteht ein Nachrollespiel der deutschen Wasserball-Liga Gruppe B. Und zwar am allerersten Spieltag. Als Gast in der Rolle der SV Beilen 1921. Als Gäste begrüßen wir die Männer vom SC Deutschland an der Beinstraße. Für die Gäste ist es ein berichtungsweisendes Spiel, denn Sie möchten unbedingt ihre Tabellenführung im Oberfluss der deutschen Wasserball-Liga behaupten. Und der SV Beilen natürlich heute Außenseiter hofft, eine Überraschung schaffen zu können, um im Kampf um Platz 5 wieder etwas Rode gut zu machen. In diesem Sinne kommen wir zu der Vorstellung der Mannschaften. Und wie immer hier in der Terminale beginnen wir mit den Gästen aus Neustadt an der Beinstraße. Mit der Nummer Nummer 1, Arpel Müller. Mit der Nummer 2 dabei, die Steffan Ehrenklaus. Mit der Nummer 3, heute, Kevin Olivera. Mit der Nummer 4, Leisara Munkwell. Mit der Nummer 5, Houston, Mittelswürr. Mit der Nummer 6, Laurence Tammins. Mit der Nummer 7, Fernando Munkwell. Mit der Nummer 8, Albert Barnabas. Mit der Nummer 9, Michael Kähler. Mit der Nummer 10, heute, Oliver Görke. Mit der Nummer 11, Martin Görke. Mit der Nummer 12, Matthias Roth. Und mit der Nummer 13, der Kapitän, Matthias Held. Tja, der Fremd steht leider nicht hier. Das ist der Sportfreund, ähm, der jetzt ist es weg. Wurde war, machen wir da weiter. Heiß ich also noch einmal nach. Tut mir leid, es steht leider nicht hier. Es steht hier der Michael Heinz, aber da ist es ja wohl nicht der Trainer heute. Machen wir weiter mit dem SV Weiden. Im Tor, Mitte Nummer 1, Vladimir Schreier. Mitte Nummer 2, Douglas Eichner. Mitte Nummer 3, Stefan Kipp. Mitte Nummer 4, heute, Herr Professor, Michael Trottenham. Die 5, Thomas Kipp. Mitte Nummer 6, Andras Schlanger. Mitte Nummer 7, Nikolai Beimann. Die 8, Stefan Schirrer. Mitte Nummer 9, heute dabei, Zervan Dattu. Mitte Nummer 10, Andreas Jahn. Die 11, John Reiter. Mitte Nummer 12, Alex Schäfer. Und Mitte Nummer 13, Tübel Olkowski. Sehr gute Mannschaft, Gerhard Wors. Und auf geht's. Auch geht's hier in den 8. Sekunden mit einem Freiburg-Kühlgestau-Neustadt. Andras Schlanger. Kommt nur los. Und auf geht's. Und darauf, 3, fliegen stértig. Ohhhh! so um ja 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 Musik Halt! 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 Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Halt! 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 Ausschluss gegen den SV Reilen. Ausschluss als Spieler für den Rumpf 4. Michael Ehrt-Rottmann aus der Persönlichkeit. Halt! 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 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11. Wir haben Dich gebotscht! 11 2 2 3 2 2 1 1 Hier haben wir이에요... 2 3 1 5 1 1 2 1 Was tut? Ja! Tres, 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 tres! Tres, 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 t Gebet, 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 gebet. Aus, Schluss, SV, Leiter für den Hochzehn. Nach den ganzen Tag, ein hoher Moment hin. Achtung, nach den Sommer und Freitag. Für den SV, beide. 2-1, 2-1. Wo noch mal rauskollt? 4-1, 2-1, 1-0, 2-1, 2-1. Ja! Ausfluss, Michael Brockmann. Zwei oder Sünder, und wir haben heute noch einmal und wir haben heute noch einmal in Ordnung. Das ist der Tor für die Brüderfunktiongruppe. Die erste Rekordmarke, gegenzugeschmacht, föhnt es vor allem. Und wir haben heute noch verkürzt. Hünn, 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 Hünn! Hünn, 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 Hünn! Hünn, Hünn, Hünn! Ausschluss des Voren, Spiel Nummer 7, bei Nikolai Neumann, mit Stolz und Söderinger. Spiel Nummer, die wir mit dem Sparengruppen sehen sind. Wir haben Platz. Gerni, Gerni, Gerni! Gerni, Gerni! Gerni, Gerni! Gerni, Gerni! Gerni, Gerni! Gerni, Gerni! Ausstoß, Stürmer Mondheim, Herr Wilken-Olivierer, das erste Neustart-Universal für den SV Bayern. Stürmer Mondheim, Herr Wilken-Olivierer, das erste Neustart-Universal für den SV Bayern. Stürmer Mondheim, Herr Wilken-Olivierer, das erste Neustart-Universal für den SV Bayern. Stürmer Mondheim, Herr Wilken-Olivierer, das erste Neustart-Universal für den SV Bayern. Stürmer Mondheim, Herr Wilken-Olivierer, der erste Neustart-Universal für den SV Bayern. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Das Problem ist, das siehst du erst auf dem Bildschirm. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Letztes Zeit-Out für den SV Reinhent. Der Spieler muss die Bank verlassen. Der geholte Spieler muss die Bank verlassen. Das ist der Mann, die gehörte Spieler haben. Wer noch geholte. Der Spieler muss die Bank verlassen. Kamilataki für Storbeerlager Der Spieler mit der Drohung Sieg Der Stauberweide 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 Keine Fouls No Couch Ausschluss Spieleweide Stauberweide 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 Es läuft die letzte Spielnude. Die letzten 30 Sekunden stehen auf der Uhr. Die letzten 3 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 Sekunden stehen auf der Uhr.